Hallo Leute, hier für die ganzen Leute, die sagen, ja, aber das kann alles nicht ungesund sein, diese ganzen Tierprodukte, ja, Fleisch, Fisch, Eier, diese ganzen Sachen, das kann einfach nicht sein, ja, warum weiß das niemand, warum lässt die Industrie das zu und hier ganz wichtig, ja, warum das alles so passiert, die Industrie schert sich nicht um dich, ja, die Industrie interessiert deine Gesundheit nicht und sie interessiert sich nicht für dich, sie interessiert nur dein Geld, ja, und deswegen ist das so, dass auch über Öl zum Beispiel nur Gutes erzählt wird, ja, im Öl, 99% der Seiten sagen, Öl ist gesund, ja, die meisten Seiten sagen, Milch ist gesund und Fleisch wahrscheinlich auch die allermeisten Seiten, das ist einfach so, weil die Industrie ihr Zeug verkaufen will, das ist der Grund, ja, und es gibt auch Beweise, ja, du gehst nach draußen und an eine Bushaltestelle und da hängt eine Werbung, ja, von irgendeiner Zigarettenfirma und da wird für das Rauchen geworben, diese Leute, die dort sitzen, die diese Zigaretten herstellen, die ganz obersten Bosse, ja, die steinreich sind, die schert das nicht, dass sie dich ruinieren, die wissen, dass ich weiß, ich weiß nicht, wie diese Leute leben können, ich weiß es nicht, ja, wie die Leute das mit sich selbst vereinbaren können, ja, die Leute, die hinter diesen ganzen Zigarettenmarken stecken, die wissen, dass sie jeden Tag bei Leuten Lungenkrebs verursachen, ja, es gibt jeden Tag neue Lungenkrebserkrankte durch diese Leute, die diese Zigaretten verkaufen und diese Werbung da drauf kleben und daran siehst du einfach, dass die Leute, die Industrie, ja, die diese Produkte herstellen, die schert sich nicht um den Menschen, der Mensch ist wertlos, der ist nichts wert, der ist völlig, völlig egal, seine Gesundheit ist nichts wert, der Mensch soll nur das Produkt kaufen, deswegen steckt man Kohle da rein, ja, und zum Beispiel eine Werbung im Fernsehen, die kostet schon mal eine Million, ja, so eine Werbung zu schalten, die wird geschaltet, ja, die am meisten Werbungen sind für Tierprodukte, man sieht da irgendein Fleisch, irgendeinen Käse, Schokolade oder sowas, ja, das siehst du da dran, weil, das siehst du deswegen, weil die Industrie ihr Zeug verkaufen will, ja, wie damals der Eiabsatz runterging, nachdem herausgekommen ist, wie schädlich Cholesterin ist, dann gab es wieder Werbung für Eier und dann ging die, ging es wieder hoch, ja, die Industrie kann machen, was sie will, weil sie hat das Geld, sie sagt, wie und was hier auf der Welt abgeht, ja, von daher, ganz genau so an Zigaretten herstellen, genau da kannst du es sehen, ja, dass die sich nicht um deine Gesundheit scheren und deswegen, das ist ganz genau der Punkt, deswegen steht überall Öl ist gesund, blablabla, damit du ihr Zeug kaufst, deswegen steht das überall, deswegen steht überall Milch ist ja doch gesund und Cholesterin seit neuestem ist nicht mehr schädlich und so, damit du ihr Zeug kaufst, ja, sie wissen, ja, sie ruinieren dich, ja, sie ruinieren deine Eltern, sie ruinieren Familien, ja, ist der Vater weg von einer vierköpfigen Familie, ja, ist halt so, ja, der wollte halt rauchen, der hat unsere Kippen gekauft und ist an Lungenkrebs erkrankt, ja, aber wir haben sein Geld bekommen, er hat jeden Tag Geld dafür bezahlt und wir haben sein Geld, ja, so ist das nun mal, solche Menschen sind das, das ist die Industrie, das sind Industriebosse, verstehst du, die interessiert die Gesundheit der Menschen nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was für eine Art von Menschen das sind, ja, das ist für mich so unbegreiflich, wie man es nur, wie es nicht unbegreiflicher sein könnte, weil keine Ahnung, wie ein Mensch schlafen kann, wie ein Zigarettenhersteller nachts schlafen kann, das ist für mich, ja, absolut unbegreiflich, ja, wie gesagt, das unbegreiflichste auf der Welt überhaupt sind diese Menschen, auch hier die Bosse bei der Milchindustrie und so, ne, wie diese Menschen leben können, ich weiß es nicht, aber sie können es ganz offensichtlich und auf jeden Fall, das muss man verstehen, ja, wenn man das mit der Ernährung verstehen will, die Industrie will nur dein Geld, du als Mensch bist nichts wert, deine Gesundheit, die ruinieren deine Gesundheit damit, Autoimmunerkrankungen, die ruinieren die Gesundheit deiner Kinder, was auch immer, das interessiert dir nicht, ja, das interessiert dir nicht, Hauptsache, du kaufst das Produkt, darum geht es, ja, und um nichts anderes. Von daher, Leute, wenn man das einmal verstanden hat, ja, realisiert hat, dass das so abläuft, dann versteht man, warum das so ist mit der Ernährung, ja, warum es da so ein Durcheinander gibt, ja, wie die Zigarettenindustrie hatte ein Mittel, wie sie ihre Zigaretten an den Mann bringen konnte und wie war das Mittel, die Menschen zu verwirren, ja, es gibt Studien gegen Rauchen, aber Rauchen ist Statussymbol und so männlich und bla bla bla, ja, so muss man die Leute verwirren und dann wissen die nicht so genau, ah, und dann verstehst du, üble Sache, aber das ist einfach nur logisch, ne, dass die Industrie einfach nur ihr Zeug verkaufen will, was da mit den Menschen passiert, well, da man so und so nicht beweisen kann, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, du kannst nicht beweisen, dass du von Milch Krebs kriegst, ja, du kriegst von Milch Krebs, kannst du beweisen, dass es die Milch war, nein, kannst du nicht, siehst du, deswegen kannst du niemanden verklagen, du kannst nichts machen und du wirst einfach da hingehen und das war's, ja, die Milchindustrie juckt das einfach nicht, ja, genau wie du bei Lungenkrebs nicht beweisen kannst, dass das von der Zigarette kam, vielleicht kam es von irgendeiner Chemikale, weil du als Bauarbeiter irgendwo Häuser gebaut hast, was die, äh, aus irgendwelchen Asbesthäuser gebaut hast, was auch immer, verstehst du, du kannst es nicht beweisen, auf den Tumor steht nicht drauf, ich wurde ausgelöst durch bla bla bla, verstehst du, und deswegen kann die Industrie machen, was sie will, alright, so einfach ist das, von daher, Leute, ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, ja, vor allem für alle neuen Zuschauer, die Industrie will nur dein Geld, von daher, Leute, seid achtsam und, ja, ernährt euch vegan und ihr geht diesem ganzen Müll aus dem Weg, von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, peace.